Mies ist jedem am Vormittag, mies ist jedem am Nachmittag, jeder jammert so arg, war's nie wie heuer. Kaum verdient man am Vormittag eine Kleinigkeit Nachmittag, kommt und schnappt es schon einer von der Steuer. Wenn auch jeden der Mut verlässt, ich behaupte doch steif und fest, Arbeit muss von Erfolg einmal gekrönt sein. Nur hübsch fleißig sein und schön sparen, so wie ich und in drei, vier Jahren werden wir an den Spindel lecker gewöhnt sein. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne kräht und auch beim Schlafen geht, die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst Harakiri, 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 Harakiri machen müsst. Schauen Sie doch nicht so traurig drein, jeder Mensch kann nicht ledig sein. Kaufen Sie sich das Buch von Gerti Sänger. Lesen Sie es auf Seite 9, Ihre Frau wird sich auch sehr freuen, Ihre Liebesnöchte werden wieder länger. Hat trotz Sonne und Körpersport und was sonst noch verordnet dort, immer noch Ihre Frau dieselben Launen. Wechseln Sie erst den Hausfreund aus, schmeißen Sie dann die Frau hinaus und ich sage Ihnen nur, Sie werden staunen. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hähne kräht und auch beim Schlafen gehen, die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst Harakiri, 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 Harakiri machen müsst. Österreich hat keinen ICE, Österreich hat auch kein TGW, doch wir haben Manner schnitten, die uns Adeln. Österreich hat kein Mittelmeer, Österreich hat auch kein Schilling mehr, doch deswegen ist Österreich nicht zu Tadeln. Österreich hat kein EU-Parlament, hat kein farbigen Staatspräsident, Österreich hat kein Schlecker, kein Erleine mehr. In Deutschland schau ich ziemlich auf drei Satz an, fress mich mit meiner Schnittensatz dann und ich bilde mir ein, dass ich daheim wär. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, ein Optimist, ein Optimist. Man muss das Leben eben nehmen, wie es ist, als Optimist, als Optimist. Ich lache, wenn die Hände kräht und auch beim Schlafen geht, die Welt ist doch so schön. Ich bin ein unverbesserlicher Optimist, weil ich sonst Harakiri, 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 Harakiri machen müsst.